In Rückenlage wird ein Bein mit beiden Händen gegriffen, während das andere Bein gestreckt wird. Die Wade des gestreckten Beins bleibt am Boden liegen. Nun das Knie des gebeugten Beins so dicht wie möglich an den Oberkörper heranziehen. Wenn dies zu einfach ist, Hände um den Oberschenkel herumgreifen und das gebeugte Bein so weit strecken, wie es noch angenehm ist. Danach die Übung mit der anderen Seite wiederholen. Mit einem Bein hinknien, das andere Bein auf den Fuß aufstellen. Oberkörper leicht gegen das Knie lehnen und die Wadenmuskulatur dehnen. Danach die Übung mit der anderen Seite wiederholen. Rücklings über einen Petziball oder eine Rolle legen. Kopf hängen lassen und wenn möglich auch die Arme über Kopf führen. Den Arm an die Wand lehnen und den Oberkörper so weit wie möglich von der Wand wegdrehen. Der Arm sollte hierbei auf Schulterhöhe gehalten werden, dann im 45-Grad-Winkel nach oben und nach unten gehalten werden. Im Stand das Fußgelenk greifen und die Ferse so weit wie möglich zum Po heranziehen. Hüfte stabilisieren und Oberkörper gerade halten. Danach die Übung mit der anderen Seite wiederholen. Diese Übung kann auch kniend durchgeführt werden. Die Ausgangsposition kann entweder kniend oder stehend sein. Einen Arm nach oben ausstrecken und nach schräg hinten abwinkeln. Die Handfläche auf die Wirbelsäule auflegen und mit der anderen Hand an den gebeugten Ellbogen greifen und leicht nach unten ziehen. Danach die Übung mit der anderen Seite wiederholen. Schulterbreit hinstellen und den rechten Arm auf Schulterhöhe nach vorne strecken. Den rechten Arm auf Schulterhöhe nach links bewegen. Mit der linken Hand an den rechten Ellbogen fassen und den Arm Richtung Oberkörper ziehen. Danach die Übung mit der anderen Seite wiederholen. Ausgangsstellung ist der Vierfüßlerstand. Aus dem Vierfüßlerstand das rechte Bein links neben das linke Bein mit dem Fuß Rist aufsetzen und weiter nach hinten schieben. Mit den Armen Richtung Knie nachgreifen und in dieser Position bleiben. Danach die Übung mit der anderen Seite wiederholen. Zur Dehnung der Rumpfmuskulatur in der Rotationsbewegung kann der Drehsitz durchgeführt werden. Dazu in den Langsitz setzen und das linke Bein nach innen anwinkeln. Wenn dies nicht möglich ist, kann das linke Bein auch einfach gestreckt werden. Egal welche Ausgangsposition gewählt wurde, das rechte Bein links neben das linke Bein stellen und mit dem Oberkörper nach rechts drehen. Mit dem linken Arm von rechts gegen das rechte Knie drücken und Blick nach rechts hinten richten.